Ja, willkommen zurück. Garmin hat die neue Alpha 1033 für die Phoenix 7 bzw. Enduro 2 oder auch die Apex 2 vorgestellt. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, was für spannende neue Sachen uns erwarten, aber ich möchte euch auch zeigen, wie ihr diese Alpha installieren könnt. Ich werde aber das Video wieder in Kapitel 1 teilen, das heißt, wenn sich der Installationspart nicht interessieren sollte, kannst du es ganz entsprechend skippen und nur den letzten Teil anschauen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ja, die erste Frage ist, wie bekomme ich die Beta- oder Alpha-Version auf die Uhren? Das Ganze ist jetzt, was ich euch vielleicht vorstelle, eine Alpha-Version, aber ich möchte trotzdem mal ganz kurz auch erwähnen, wie ihr an Beta-Version rankommt. Die Beta-Version für die Phoenix 7, für die Enduro 2 bzw. auch hier die Apex 2, die ich jetzt aktuell trage für den Vergleich mit der Apple Watch Ultra, die ich jetzt gerade noch trage. Also falls es etwas interessiert, dann lass auch gerne ein Abo da, da kommt bald auch ein Video dazu. Da wird das Ganze softwaretechnisch zusammen unterstützt und funktioniert bei allen Uhren gleich. Um bei einer Beta-Version bei den Garmin teilzunehmen, ist es eigentlich ganz einfach. Ich mache das Ganze jetzt hier aktuell auf dem Mac. Ich bin jetzt hier in Garmin Connect eingeloggt, das heißt also, ihr müsst einfach hier auf die Webseite von Garmin Connect gehen und dann gibt es hier rechts oben das Feld mit dieser Uhr, da können wir einfach mal drauf gehen. Da sehen wir jetzt hier, bei mir ist natürlich eine größere Anzahl an Geräten angezeigt, wahrscheinlich sind bei euch ein bisschen weniger. Wir machen das ganze Beispiel mal an der Enduro 2. Wir sehen hier, dass wir einmal auch den bevorzugten Fitness-Tracker auswählen können, aber auch die Geräte-Einstellung verändern können. Da gehen wir einfach mal drauf und dann öffnen wir jetzt die Seite der Enduro 2 und dann bekommen wir hier so eine kleine Übersicht. Wir sehen jetzt hier, die Enduro aktuell ist auf dem Stand von der Version 9.36. Das ist so die aktuelle Release-Version. Ich habe die Uhr aktuell nicht am Beta-Programm teilnehmen lassen, beziehungsweise ich kann das Ganze jetzt machen, indem ich hier auf diesen Knopf drücke, Beta-Software-Programm beitreten. Dann geht hier nochmal ein separates Lizenzfenster auf. Da wird immer gesagt, dass das Ganze ein Beta-Programm ist und dann gibt es noch so ein paar Bedingungen. Die kann man dann entsprechend zustimmen. Und so ist die Uhr, wir sehen uns hier für Beta angemeldet, bei dem nächsten Rollout auch dabei und bekommen dann die Beta-Version ja ausgerollt auf die Uhr. Ihr könnt das Ganze natürlich dann auch über Garmin Express machen. Das geht manchmal ein bisschen schneller, weil ihr die Daten schneller bekommt. Aber so seid ihr auf jeden Fall schon mal berechtigt, hier Beta-Version auf die Uhr zu bekommen. Dies ist aber nur mit der Beta-Version möglich. Wenn ihr jetzt die Alpha-Version nutzen wollt, wie wir das jetzt machen möchten, das ist etwas in Anführungszeichen komplizierter. Hier müsst ihr ein bisschen mehr tun. Garmin bietet hier eine Forum-Seite an, forums.garmin.com und da sehen wir jetzt auch schon, dass wir hier ein Beta-Programm-Forum haben, beziehungsweise ein Bereich. Da gehen wir mal drauf und hier bekommen wir alle Geräte angezeigt, die aktuell eine Beta-Version haben, beziehungsweise in der Beta sind, beziehungsweise da, wo es eine Änderung gegeben hat. Dann sehen wir hier die Fenix 7, Apex 2, Enduro 2 und Quartex 7. Die sind hier entsprechend auf einer Ebene, beziehungsweise auf einer Software-Version. Da gehen wir uns einfach mal rein. Dann sehen wir hier eine Übersicht, also jetzt einmal das Forum, wo das Ganze dann erklärt wird, beziehungsweise wo man sich austauschen kann oder den Entwickler auch Feedback geben kann, was ja bei einem Beta- und Alpha-Programm sehr wichtig ist, dass die Entwickler ja auch eine Rückmeldung bekommen, wie das Ganze hier funktioniert oder was nicht funktioniert. Wir gehen jetzt hier auf Checkout-Announcement, da gehen wir erstmal mal drauf. Und dann landen wir hier auch direkt in der Übersicht der Versionen. Wir sehen hier Alpha-Version 10.33, da gehen wir jetzt einfach drauf. Und hier bekommen wir auch so eine kleine Anleitung auf Englisch, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise hier unten gibt es dann für die Apex zweite Generation, Fenix 7 und die Enduro 2 Fenix 7X und die Fenix 7S entsprechend dann die Software-Version, die wir herunterladen können. Ich habe jetzt hier aktuell die Fenix 7X liegen, das heißt also, ich muss entsprechend auch hier die Software herunterladen. Ja, was ist jetzt aber nötig, um das Ganze hier entsprechend zu installieren? Ihr braucht auf jeden Fall einmal das Kabel, das Original-Kabel von Garmin, um das Ganze hier durchzuführen. Ich habe für mein Mac dann hier noch so einen Adapter, um das Ganze hier zu konvertieren, weil ich nur USB-C-Anschlüsse habe. Und die Uhr schließe ich jetzt entsprechend an das Gerät an, beziehungsweise an den Mac, damit wir die Daten dann übertragen können. Ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt Mac-User seid und das Ganze auf den Mac machen wollt, dann geht es nicht so einfach. Da müsst ihr euch noch das Programm Android File Transfer herunterladen, beziehungsweise zur Verfügung stellen, damit ihr hier auf die Uhr zugreifen könnt, weil das nicht als eigenes Laufwerk erkannt wird. Bei Windows-Nutzern ist das auf jeden Fall kein Problem. Windows erkennt das als eigenes Laufwerk an. Daher müsst ihr natürlich hier kein weiteres Programm herunterladen. Ja, wenn wir uns das einmal anschauen, wir haben jetzt einmal links hier die entsprechenden Dateien heruntergeladen, die Fenix 7X 1033-Version. Wenn wir das Ganze mal aufklappen, sehen wir hier auch einmal das Systemupdate auf die 1033, also die neue Alpha-Version. Und das Backup für die 936 ist ebenfalls vorhanden. Vorab muss ich aber auch sagen, wenn ihr euch entscheidet, die Alpha zu installieren, seid euch bewusst, dass ihr eine Alpha-Version installiert. Das heißt, das Ganze kann Fehler haben. Und wenn ihr die Alpha-Version installiert, bitte vorher die Uhr nochmal mit Garmin Connect zu synchronisieren, damit ihr auch wirklich alle Daten gesichert habt. Weil wenn ihr ein Backup oder ein Rollback macht auf die 936, das ist natürlich dann auch möglich, dann sind alle Daten weg, die ihr dann auf der Uhr hattet. Also das heißt, die Uhr ist dann quasi wie neu. Das will ich einfach nur mal anmerken, wenn ihr das Ganze durchführt. Nun haben wir hier verschiedene Dateien. Wir sehen einmal hier das Systemupdate, wie gesagt, die 1033. Das klappen wir mal entsprechend auf. Da ist eine Datei enthalten. Und wir haben das Remote SW-Verzeichnis. Jetzt habe ich hier rechts die Garmin-Uhr. Das ist die Uhr, wie ich das angeschlossen habe, die Fenix 7X. Die sehen wir auch hier oben in der Bezeichnung. Da klappen wir jetzt einfach mal hier den Garmin-Ordner auf. Und dann sehen wir hier eine große Anzahl an Dateien, die es hier gibt. Hier sind eure Trainings drauf, eure Läufe drauf. Entsprechend könnt ihr hier die Dateien auch verwalten. Im ersten Schritt suchen wir auf der Fenix 7 den Ordner Remote SW. Den sehen wir hier unten. Wir haben es schon aufgeklappt. Und hier muss die entsprechende Datei Secure Config eingefügt werden. Die fügen wir jetzt einfach hier rüber. Und dann haben wir die Datei entsprechend hier auch hinterlegt. Dann haben wir noch eine zweite Datei, die GU-Update bzw. G-Update.gsp. Und diese Datei müssen wir einfach hier ins Garmin-Hauptordner oder Hauptordner einfügen bzw. rüberkopieren. Das nehmen wir uns einfach rüber und kopieren das entsprechend hier in den Garmin-Ordner rein. Wir sind hier 35,4 MB. Und dann können wir auch schon entsprechend die Uhr wieder vom Rechner lösen. Wir sind hier. Jetzt bekommen wir auch die Anzeige, dass wir die Version 10.33 zur Verfügung haben. Wir können auch sagen, wir sind später installieren. Also ihr könnt hier nochmal zurückgehen. Und dann sage ich jetzt einfach jetzt installieren. Und schon wird das Update vorbereitet bzw. die Uhr bekommt jetzt entsprechend die Alpha-Version. Ja, wenn das Update entsprechend abgeschlossen worden ist, dann sehen wir auch, bekommen wir hier so eine kleine Übersicht, was alles neu ist. Wobei einige Dinge schon hier enthalten waren. Also das Entscheidende werden wir dann einfach gleich nochmal sehen, was es dann hier gibt. Und wir sehen dann auch, wenn wir hier an die Software-Version gehen, dass wir entsprechend hier die Version 10.33 drauf haben. Ja, eine Neuerung, die wir jetzt auf die Fenix 7 ebenfalls bekommen, die wir die ganze Zeit auf der Enduro 2 hatten, ist nämlich eine angepasste Pace. Und da sehen wir jetzt hier schon, ich bin in der Laufeinstellung. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr müsst hier ganz in der Mitte lange auf die Taste drücken. Dann kommt die Laufeinstellung hinein. Und dann könnt ihr entweder eine neue Trainingsseite anlegen oder auch eine Trainingsseite nutzen. Ich nehme jetzt einfach mal eine neue Trainingsseite, um es einfach mal zu zeigen. Da geht es einfach auf Neu hinzufügen. Und dann gehen wir einfach auf Benutzerdefinierte Daten. Und dann sehen wir hier einfach ein Feld. Und dann sagen wir jetzt hier, wählen wir das eine aus. Und dann gehen wir jetzt hier auf das Pace-Feld, beziehungsweise Pace-Felder. Und dann sehen wir hier, dass wir jetzt an die Steigung angepasste Pace bekommen. Die wählen wir jetzt aus. Und dann sehen wir hier einfach auch, wo wir das Ganze dann platzieren können. Wir können es einfach unterschiedlich hier hinstellen. Wir sagen jetzt einfach mal, wir möchten es oben in der Stride-Zone haben. Und dann habt ihr hier an die Pace, beziehungsweise an den Berg angepasste Pace. Das heißt, ich blende es einfach mal ein, wie es bei der Enduro 2 aussieht. Wenn ihr jetzt den Berg hochlauft und ihr lauft langsam hoch, dann wird das Ganze dann den Berg angerechnet. Das heißt also, wenn ihr mit einer 7er Pace hochlauft, dass aber im Flachen eine 650 wäre, dann bekommt ihr eine 650 angezeigt in diesem Widget, beziehungsweise in diesem Feld. Beziehungsweise wenn ihr den Berg herunterlauft, dann seid ihr natürlich schneller. Aber das ist natürlich schneller, weil ihr am Berg runterlauft. Da bekommt ihr entsprechend dann hier auch da an der Steigung die angepasste Pace. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit 650 runterlauft, wäre das im Flachen eine Zeit von 7,10. Als Beispiel jetzt. Beim Ultra Run soll dann laut Garmin auch ein Auto Rest für Ultra Run hinzugefügt werden. Momentan kann man das Ganze ja noch manuell über die Lab-Taste steuern. Das ist übrigens auch mit der Fenix 7 hier möglich, ohne Probleme. Wenn wir auf Laufen gehen und dann zum ersten Mal hier die Laufaktivität einstellen, dann bekommen wir auch angezeigt, ob wir hier jetzt die Power-Felder anfügen wollen. Und es ist auch so, dass jetzt die Run-Power auch entsprechend über das Handgelenk unterstützt wird. Was ebenfalls noch hinzugekommen ist, was ich auch sehr interessant finde, ist auch bei der Navigation. Dafür gehen wir auch nochmal hier in die Laufeinstellung rein. Da müsst ihr es entsprechend aber einstellen. Und zwar bekommt ihr jetzt hier, wenn wir auf Training-Seiten gehen und uns die Karte anschauen, können wir ein neues Datenfeld hinzufügen. Und zwar ist es an dieser Stelle hier, ich habe aktuell hier die Herzfrequenz ausgewählt. Das sieht man jetzt hier ein bisschen ganz schlecht hier unten. Ja, ganz schlecht zu ersehen im Text, weil die Karte genau da drauf schaut. Also ich weiß nicht, ob ich es genug erkennen kann, dass es hier blinkt. Und hier können wir jetzt ein anderes Datenfeld auswählen. Wir gehen einfach jetzt hier und möchten jetzt hier nicht ein Timer-Feld haben, sondern jetzt ein Navigationsfeld. Da gehen wir jetzt einfach so weiter runter, bis das Navigationsfeld erscheint. So, in den Navigationsfeldern. Und hier gibt es ja normalerweise die Möglichkeit, hier verschiedene Datenfelder einzustellen. Mit zum Beispiel verbleibenden Distanz, voraussichtliche Gesamtstrecke. Und hier gibt es jetzt den neuen Punkt bis zur nächsten Kreuzung, beziehungsweise die nächste Kreuzung. Dann sehen wir hier, die nächste Wegkreuzung wird hier angezeigt. Das wählen wir entsprechend aus. Und dann haben wir das auch hier bei der Navigation enthalten. Jetzt sehen wir hier, die nächste Wegkreuzung wird dann entsprechend hier angezeigt. Ich blende es auch ganz einmal ein, wie das jetzt hier in der Praxis aussieht. Ich habe das jetzt einfach mal kurz vor der Haustür getestet. Und dann seht ihr einfach hier, wie das, wie gesagt, im praktischen Teil aussieht. Was ebenfalls neu hinzugekommen sind, sind auch Aktivitäten. Wir sehen hier im vorherigen Update, wo das Ganze ja ein bisschen aufgeräumt. Und dann haben wir hier zum Beispiel beim Wassersport, gibt es jetzt hier dann auch entsprechend das Segeln, beziehungsweise Sail Race. Wir sehen jetzt hier, dass entsprechend das Ganze hier noch auf Englisch ist. Wie gesagt, gerade die neuen Sachen, die hier reinkommen, sind dann entsprechend auf Englisch. Ebenfalls wurde hinzugefügt, dass man dann auch hier nautische Daten verwenden kann. Das heißt also, hier wird das Ganze mit Segeln unterstützt. Was ebenfalls dann auch noch hinzukommt, ist die Aktivität Disc Golf, falls euch das irgendwas sagt. Mir sagt es jetzt nichts, ich habe das selber noch nicht gemacht. Das ist aber auch entsprechend dann enthalten. Und dann haben wir noch im Bereich Wintersport ist ebenfalls da was dabei. Wenn wir mal schauen, dann sehen wir hier auch für die Snowboardfahrer, gibt es dann hier auch dann Backcountry Snowboard. Was dann ebenfalls auch noch hinzukommt, ist dann für die Golfwertung, wird auch ein Einstellungsmenü nochmal erweitert, beziehungsweise hinzugefügt. Falls ihr da Golfer seid, gibt es hier auch eine kleine Änderung. Ebenfalls hinzu kommt jetzt auch noch der Morgenbericht. Also ihr bekommt dann morgens immer einen Bericht angezeigt. Ich blende es jetzt mal mit der Forna 255 ein. Da habe ich das Ganze mal abgefilmt. Das gibt es jetzt auch für die Phoenix Uhren. Das ist einfach so ein kleiner Bericht, der dann entsprechend euch dann ja abholt und sagt, wie eure Nacht war, wie eure Trainingsbereitschaft ist, wie sich der Tag mit dem Wetter entwickelt. Und so habt ihr dann auch so einen kleinen Starten in den Morgen. Das Ganze wird auch dann ganz netten Grafiken angezeigt. Ihr habt natürlich aber auch Möglichkeiten, das Ganze abzustellen, wenn ihr es nicht haben möchtet. Natürlich werden dann auch einige Fehler behoben, beziehungsweise es gibt dann auch Verbesserungen, wie zum Beispiel das WiFi soll verbessert werden. Das muss ich jetzt mal testen, ob es dann wirklich schneller ist, weil aktuell ist es doch wirklich nicht so das Schnellste. Aber hier gibt es dann, wie gesagt, auch ein paar Verbesserungen. Das sind aber so die ganz groben, interessanten Änderungen, die ich jetzt euch gezeigt habe. Und wir sehen hier, die Uhren gleichen sich immer mehr an. Zwischen Enduro 2 und der Phoenix 7 gibt es kaum noch Unterschiede. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich habe hier oben eine Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier unten meine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen. Da siehst du dann entsprechend, was hier noch sonst alles auf dem Kanal stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.